Ernsthafte Katzen haben jetzt Interesse an dir, mhm, Katzen in deiner Umgebung, schnucklige kleine Milfs. Hallo, 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 herzlich willkommen zu Cats. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße ganz herzlich zu diesem geilen Game. Ich hab's mal gezockt, vor sehr, sehr langer Zeit, dachte mir, hey, hab ich noch auf ein iPad, zockst du mal ne Runde. So, was wollen sie denn? Sie setzen auf dich, ultimative Maschinen, sie sind wirklich groß und gefährlich. Wir können dir auch eine bauen. Wow. 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 Nicht schlecht, aber dafür brauchen wir einen speziellen Raum. Was, einen speziellen Raum? Tada, Zeit, ein paar richtig ernsthafte Katzen zu treffen. Du brauchst eine ultimative Maschine für das Treffen. Ich hab mich darum gekümmert und jetzt hast du auch einen Plan dafür. Plan oder Platz? Ich kann nicht lesen, keine Ahnung, was steht hier? Ich drück mal drauf. Oh, 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 willkommen in deiner ultimative Garage. Außergewöhnliche Maschinen werden aus außergewöhnlichen Teilen gefertigt. Hier ist deine erste Kiste mit ultimativen Teilen. Oh mein Gott, ultimative, ultimative Kiste. Ein Corsa. Geil, ultimativ geil. Ja, Panier, Raupe, Hebel, alles klar, Heber. Äh, Centas, Klebewalze, Weihnachtssachen, ein Schneider, ne Schneiderdüse, Panierraupe, Stütz, Kläufe, was? Äh, Corsa-Hapule, Panierraupe, Doppelklinge, Schneider, Kettensäge, Feuerwehr, Stützwalze, Corsa-Antriebsreifen, Schneider, Klumpfdüse, Eiswagen-Antriebsflitzer, Feuerwehr, ne Feuerwehr, ein Ticket, ein Liga-Ticket, noch ein Ticket, Ticket, Ticket. Wow, komm, die aller Einzelne, willst du mich verarschen? Ticket. Ich hab'n Feuerwehrauto. Wow, deine erste ultimative Maschine. Ja, dann. Nimm ich ein Feuerwehrauto. Ha, 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 ein Feuerwehrauto. Ey, das ist cool. Das ist ziemlich cool. Ähm, ich möchte gerne am Feuerwehrauto natürlich ein, ein, ein Heber. Der passt doch nicht hin, oder? Geht das? Ist ja lang genug. Also, an sich müsste der so weit kommen, ne? Könnt ihr lieber da vorne packen? Geht nicht. Dann würde ich noch gerne was dran packen. Pack ich das alles? Keine Ahnung. Eins, zwei, ach, ich hab mehrere. Ich bau mir jetzt erstmal ein Feuerwehrauto. Äh, ich hab ein Feuerwehrauto. Hier, hier. Ich hätt gerne die da dran. Nicht genug Energie. 5 von 15. Was kostet die denn? Ich hab'n Geschenk. Weiter. Ich muss Freunde werben. Egal, erstmal Sonderkiste hier. Sponsorkiste. Gegönnt. Ein Schleicher. Eine Düse. Ein Flitzer. Noch eine Düse. Und ein Klassiker. Und ein Titan. Und, und Angriffswerkzeug. Und, und, und Ticket. Und, und alles zusammen einsammeln. Folgen. Bonus. Hier findest du Neuigkeiten. Okay, ich, ich, ich. Facebook folgen. Ich hab' kein Facebook. Oder hab' ich Facebook? Ich schau' mal kurz. Kleine Wendung. Und, damit ihr nix seht hier. Trick 17, ne? Dürft ihr nix sehen. Bei privates Konto bin ich eingeloggt hier. Ich hab' kein Facebook. Bock. Ich hab' keine Freunde. Leute. Ich schreib' euch mal kurz den Bonus-Link hier rein. Glaub ich, wenn das, wie geht das? Oh, jetzt hab ich's. Ich hab's gar nicht gefolgt. Leute. Ich bin einfach nur draufgeklickt. Hab nur draufgeklickt. Hab die Seite wieder zugebracht. Und bin, hab's geschafft. Trotzdem. Darf bei mir auf jeden Fall. Also kann man das gut verarschen. So, äh, hier. Lade deine Freude ein. Dir gefällt das Spiel? Lade Freunde ein. Spiel gemeinsam und verdiene euch Truhen. Joa, wie lade ich die ein? Twitter. Moment. Twitter. Warte, 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 warte. Damit ihr's auch ein bisschen seht hier. Ich wollte ja nicht, dass ich irgendwelche Daten aufploppen. Hallo. Hallo. Komma. Ich suche Freude. Twittern. Twitter, Zuschauer.lp. Schau drauf. Und, ähm. Und, und, und. Ist der, wo ist denn der Link jetzt? Achso, wenn man draufklickt. Oder? Es gibt keinen Link. Wie soll ich denn Leute einladen, wenn es ja gar keinen Link gibt? Ich check's nicht. Egal. Ich versuch mal den Link rauszufinden irgendwie. Und den dann reinzupacken in, äh, in die, in die, in die, äh, Videobeschreibung. Da können wir die befolgen oder schreibt sie in die Kommentare, wie auch immer. Wäre ganz cool. So, ich fahre jetzt die alternative Maschine hier weiter. Was kostet denn die Klinge hier? Wie viel Energie? Wo sehe ich denn das? Ach, hier. 15 kostet die. Was kostet der? 5. Dann muss der weg. Ich will nämlich so eine Klinge haben. Die ist krasser. Die ist definitiv krasser. Alter, wie groß ist die denn bitte? Der ist voll. Er ist fertig. Kostet die Energie? Nein. Ja. Alles klar. Das ist doof. Das ist doof. Das passt nicht. Das passt mehr. Mit den Riesenreifen. Hab ich noch irgendwas anderes? So ein Riesenreifen vielleicht, den ich reinpacken kann? Hier ist ein Riesenreifen. Da ist ein Riesenreifen. Natürlich, wenn die zu klein sind, wäre das natürlich doof. Aber das war der Riesenreifen von gerade. Ich habe keinen anderen Riesenreifen. Ich glaube, das ist zu groß. Er ist so weit oben und dann trifft er nicht alles. Dann könntest du natürlich das switchen. Dann ist es vielleicht zu weit unten. Aber dann werden die kleine... Ich mache es mal so. Wenn ich jetzt rückgehe, wo bin ich dann? Ach, dann bin ich wieder hier. So, ich werde jetzt mit der ultimativen Maschine kämpfen. Jetzt bist du bereit für einige richtig erzhafte... Blablabla. Halt die Fresse los. Kämpfen. Liga beitreten. Stelle eine ultimative Maschine. Ah, hier beitreten. Scheißegal. Ja, los. Okay. Ein guter Start. Ich habe verkackt. Was ist hier für ein Tutorial? Ja, ich weiß noch, wie es funktioniert. Hier, meine Fresse. Scheiß Tutorial. Ich will umbauen. Gefällt mir nicht. Andere Reifen. So. Jetzt. Kämpfen. Easy Gong. War mega knapp, aber gar kein Ding für den King. Oh, ich kann das teilen. Ich kann eine Aufzeichnung teilen. Mhm. Wer ist das denn hier alle? Alter. Man kann alles teilen. Das ist mega krass geworden hier, das Spiel. Voll cool. Egal. Okay. Herausforderung 2 von 20. Nächster Gegner. Der sieht krass aus. Let's go. War knapp, aber der Wix hat gewonnen. Alter Drecksack. Verwerfen und verlassen. Platz 7. Richtig schlecht. Weiter kämpfen. Let's go. Ich habe nicht genug Tickets, ne? Aber gegen den gewinne ich. Alter, mein Feuerwehrauto. Mein Feuerwehrauto. Mein Feuerwehrauto. Holy shit. Oh, der sieht krass aus. Junge, der hat einen Heal-Buch. Scheißegal, weggedrückt. Stewie. Ich habe ein Feuerwehrauto. Ja, scheißegal. Ich habe ein Feuerwehrauto. Ich baue irgendeine Scheiße und gewinne die ganze Zeit. Ja, mein Freund, ne? Ich habe immer noch ein Feuerwehrauto. Und du? Du nicht so, wa? Nächster, los. Ach, shit. Oh, oh, oh. War knapp. Hat mich noch hochgekickt, aber easy. Oh. Ein bisschen kopflastig, wa, mein Freund? Ein bisschen kopflastig. Aber, weggesnackt, mein Freund. Ha. Oh, hat der auch ein Feuerwehrauto? Oh, shit. Was hat der denn für ne... Keine Ahnung. Er will einfach nur leben, mich wegschieben? Ich weiß es nicht. So, scheißegal. Der ist da, Gegner. Oh, der sieht böse aus. Aber drück mal weg. Easy going. Ich gewinne einfach mit den Sachen, die ich zum Anfang bekomme gegen jeden Gegner gerade. Was macht der denn? Was macht der denn für ne Scheiße? Wie will er denn so gewinnen? Hab ich jetzt... Bin ich jetzt aufgestiegen automatisch? Oh, was ist das für einer? Oh, der macht viel Damage, schätze ich. Raketenwerfer. Oh ja, und der kickt mich weg. Ah, der war böse. Der ist richtig böse, der Typ. Aber... Sichern für 50. Was? Du verlierst 250. Willst du deine Wertung sichern? Ja, scheißegal. Tschüss. Gut. 12. Deine Wertung ist gleich geblieben. Warum? Ich hab so mega viel gewonnen. Keine Ahnung. War ganz gut. Hab ich, glaub ich, gepackt. Was haben wir hier noch? Kisten. Juwelen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin... Oh, hier. Beliebt. Gibt's ja gar nicht. Beliebt. Bester Preis. Wie viel kostet das? 109 Euro. Ja, bester Preis. Definitiv. Sponsorkiste. Hier müssen wir Leute werben. Ich weiß doch gar nicht, wann ich abgehe, Leute. Auf jeden Fall sieht's ganz cool aus mit dem Feuerwehrauto. Was haben wir hier? Gründen. Schließt sich einer Gang ein und spiele wie nie zuvor. Geil, ich gründe mal eine Gang. Gangname. Zuschauer. Gang. Yeah. Mit einem Strich dazwischen oder so zusammen? Weiß nicht, was ist cooler? Ich hätte so einen Strich zwischen. Strich, wo ist der Strich? Hier gibt's einen Strich bestimmt. Gibt's hier einen Strich? Hier gibt's definitiv einen Strich. Strich? Ich hab keine Ahnung. Ich bloß hier das iPad zum Schreiben. Ich hab gar keine Ahnung, wo in dem Strich ist. Holy shit. Das ist ein Strich. Das ist ein S. SZ. Zuschauer? Ähm. SS. Mein Gott, SS hört sich nicht gut an in Deutsch. Weil SS ist immer was Böses. Wo ist denn ein Strich? Keine Ahnung. Ich bin zu doof. Ich find kein Strich. Ähm. Da. Da ist ein Unzeichen. Unterstrich? Geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht die ganze Strich scheiße. Deswegen vielleicht. Äh, wir nennen uns Zuschauer Gang. Da hast du dich dick fett geschrieben. Zuschauer Gang. Beschreibung. Wir. Wer kann da auseinander? Warte mal. Vielleicht doch so. Und dann Zuschauer. Gang. Wir sind. Mega. Krass. Ja, das passt. Logo. Na, Logo haben wir ein Logo. Oh, hier. Entchen. Sieht genommen. Sprache. Germany. Private Gang. Eingeschaltet. Gründen 100 Gems. Kann ich mir 100? Ja, scheißegal. Leute, rausgeballert hier. Habe ich 100? Schlechte Beschreibung. Was? Wir sind mega krass. Passt doch. 100%ig. Mega. Geile. Super Gang. Oh, super. Mega geile Super Gang. Ja. König der Stadt. Okay. Gang Kämpfe. Eine neue Runde hat begonnen. Geil. Es gibt Gang Kämpfe. Wo ist jetzt die Gang? Leute, ich bin Gang am Start. König der... Hier ist ein Chat. Ich bin Zuschauer. Ich glaube, ich kann irgendwelche einladen. Ich weiß nicht, wie es geht. Meine Gang. Freunde. Also, wenn ihr Bock habt, schreibt mich an. Kann ich euch in die Zuschauer... Ich habe Zuschauer falsch geschrieben. Oh! Kann ich das ändern? Geil. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt die... Ich habe 100 Gems. Habe ich nochmal 100 Gems? Ich habe nochmal 100 Gems. Ich habe erstmal 100 aus dem Fetzer geschmissen. Warum? Weil ich zu doof war, Zuschauer zu schreiben. Aber... Ja, kein... Gar kein Problem hier. Äh... Meine Gang. Ähm... Löschen. Lege ich hier raus? Ich weiß es nicht. Prestige. Ich werde einfach eine neue machen. Die werde ich dann Zuschauer-Gang nennen. Und versuchen, damit klar zu kommen. Weil ich habe gerade alles hier... Ich habe... Ich habe... Ja... Bisschen verschrieben. Ich bin zu blöd. Ja, trotzdem war es das... In diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, Like da würde ich mich freuen. Schreibt es in die Kommentare. Was auch immer. Seien hoffen, dass ihr bei euch ist. And girls bis zum nächsten Mal reingehauen. Und... Tschüssi.